Ab dem 1. August 2016 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Etagenwohnung liegt im Kreis Stade. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 88 m². Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 724 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.